Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Dragon Ball Bonus Zielen. Dieses Mal, Phase 1 von 2, zerstöre mit dem Kamehameha ein kleines Auto. Kein Problem, wir besorgen uns ein Kamehameha, das sollte auch kein Problem darstellen. Wir suchen uns ein kleines Auto. Ich gehe mal davon aus, dass die Whiplashs nicht zählen, aber diese kleinen... Ja, die kleinen Autos halt, man kennt sie. Zündet Kamehameha auf das Auto, zerstörendes, und das ist auch schon alles. Aber natürlich zeige ich euch jetzt noch, wie das Ganze auszusehen hat, damit ihr auch ganz genau wisst, was die kleinen Autos sind. Ich habe mir jetzt ein Kamehameha besorgt, Leute. Hier haben wir so ein kleines Auto. Das zündern wir mal weg mit dem Ding. Zack. Und dann sehen wir es. Die Herausforderung abgeschlossen. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.